Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von Hexit. Ich gehe wieder auf den Server und ja, das ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr, aber ich nehme sie noch im alten Jahr auf. Und ja, wir gucken mal, was wir heute so machen. Ich brauche noch einen Screenshot für die letzte Folge, für Thumbnail. Und ja, dann schauen wir mal. So, dann gehe ich erstmal hier lang. Da haben wir noch ein paar Pikmin. Und ja, das Quarz kann ich nochmal mitnehmen. So, warum nicht? Das mache ich auch mit der anderen Spitzhacke, weil ich will die Steel Pickaxe nicht so krass verbrauchen. So, da gucken wir mal. Bisschen Quarz jetzt zum Leveln. Ich bin ja letzte Folge auch wieder gestorben. Ich glaube, da wäre ein Level jetzt wieder ganz nützlich. Und ja, deswegen nehme ich jetzt hier gerade ein bisschen was mit. Und ich muss mal unbedingt merken, dass das Netherportal da unten stand. Und das war nämlich letzte Folge das Problem, dass ich hier die ganze Zeit gestorben bin, weil ich das Portal nicht gefunden habe da unten, ey. Ich hätte gleich da reingehen müssen, dann hätten mich die Spinnen nicht töten können. Und als ich dann wieder in den Nether gegangen bin, um mein Zeug zu holen, hätte ich auch sofort eigentlich, ähm, ja, die Spinnen mir holen müssen. Ne, äh, ein Schwert holen müssen und, ne, und so. So, naja. Egal, ähm, ich versuche mir das zu merken alles. Ich habe jetzt erstmal eine Hose. Ich wollte mir ja eigentlich, ja, was bauen, was craften. Bin ich aber nicht zugekommen. Ich habe ja nicht mal Holz in meiner Wohnung zu Hause. Das ist ja ziemlich kacke. Ich gucke mal, ob man hier Holz rausklickt. Ja, sehr schön. Dann kann ich mir nämlich eine Workbench machen. Oh, Leute, die ist jetzt auch so blau. Warum das denn? Naja, Hauptsache sie funktioniert. Huch, so. Zum Beispiel nehme ich mal eine Hose und Schuhe. Zack. Und dann ziehe ich das alles mal an. Das nehme ich natürlich auch mit. So. So. Kann ich irgendwas noch an... Dingsen. Meteor Pickaxe. Right-click while in hand to add Enchantment. Oh, lol. Magnetization 1. Noch was? Ne, das geht nicht. Die kann man enchanten. Ja, geil. Magnetization ist, glaube ich, warte mal folgendes. Wenn ich jetzt hier das Quarz abbaue. Also die Pickaxe war ja von Battlecrafter, ne? Soweit ich weiß. Dass ich dann, ja genau, dann ziehe ich das so an. Ja. Ja, nice. Das ist ja geil, dass es sowas gibt. Da kann ich jetzt ja einfach ganz gemütlich das abbauen und es fluppt alles zu mir. Hä? Ich dachte, er war auf den Server Suicide mit. Ja, dann ist er wahrscheinlich geläftet, als ich auch geläftet bin. So. Okay. Ich nehme ja die Folge jetzt wieder gerade am Anschluss, eine letzte Folge direkt auf. Und ja. Gut. Suicide mit. Er hat ein paar Internetprobleme, wie es aussieht. Naja, der nimmt ja auch gar nicht mit auf, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Eigentlich müsste er mit aufnehmen. So. Naja, habe ich ja letzte Folge so ein bisschen ihm geschrieben. Okay. Ja, geil. Dankeschön. Ein bisschen mehr Zeit beim Aufnehmen. Wieso? Ne, warte mal. Was meinst du? Ich weiß es jetzt nicht. So. Ich weiß auch nicht, ob er meine Folgen guckt. Zudi ist da. Okay. Zudi nimmt ja auch nicht mit auf, eigentlich. Also zumindest nicht alleine. Wahrscheinlich kommt Battlecrofter jetzt noch. Also hier Levi. So. Spiel heute mal ein bisschen länger, okay? Warum? So. Ich weiß nicht, warum er das jetzt will. Also, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ich baue jetzt erstmal genüsslich meinen Quarz ab. Oh ja. Hey. Da ist dann Levi noch. Die werden jetzt ihre nächste Folge aufnehmen. Die kommt wahrscheinlich auch gleich heute noch online. Die laden sie ja immer instant hoch, wenn sie die aufnehmen. Die könnten sie eigentlich live streamen und dann online stellen. Das wäre dasselbe. Naja, ich produziere mal gerne vor. Weil mein Internet das auch nicht mitmacht sonst. So. Aber was meint denn jetzt, was meint denn jetzt, äh, Dingens hier? Was meinst du denn jetzt? Suicide mit... Fragezeichen. So. Okay, ähm, warte. Ich sortiere jetzt mal Inventar. So. Äh, ich habe leider kein Essen immer noch. Aber ich kann mir mal kurz notgedrungen... ...ein bisschen sowas hier machen. Damit ich jemanden zum Schreiben habe, der nicht im TS ist. Okay. Naja, dann produziere ich eben ein paar mehr Folgen. Aber ich kann die nicht länger machen, weil ich ja... Ja, dann dauert es zu lange zum Hochladen. Es tut mir leid. Das, äh, ist halt das Problem. Manchmal mache ich es ja auch länger, wenn es gerade passt. Oder wenn ich sage, okay, das will ich jetzt noch schaffen unbedingt. Aber meistens sage ich mir dann, nee, das muss nicht sein. Ja, dann beende ich es halt nach 10 Minuten. So. Naja, dafür habe ich am meisten Folgen. Battlecraft hat jetzt gerade mal 9 oder so. Also, die er jetzt aufnimmt, müsste seine 9. sein. Und, äh, ich weiß nicht, wie... Ja, Streetmaster hat irgendwie 16 oder so. Keine Ahnung. Der war jetzt auch ein bisschen, äh, nicht mehr da, weil er ja im Urlaub war. Also, seit Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester. Quasi eine Woche. Oder 5 Tage, ich weiß es nicht genau. Ja, doch 5 Tage war er weg, stimmt. Und, ja. Da kam dann auch nichts. Oh Mann, scheiß Gast wieder. Aber Kobold und Erdite, ich weiß nicht, ob wir das hier noch finden. Erdite habe ich sowieso noch gar nichts gefunden. So. So. Geh mal zurück. Ich schlag mal hier mit der Spitzhacke oder so, weil ich will die Antwort, ehrlich gesagt, nicht kaputt machen. Oh Mann, was ist denn nur? Warum sind die eigentlich so weit über meinem Kopf? Oder werden sie komisch angezeigt, zumindest? Ich sollte vielleicht wirklich mal mit einem Schwert hier das machen. So, warte. Jetzt. Na. Alter. Warum konntest du den nicht erreichen? Der war voll nah an mir. Mann, jetzt geh endlich weg. Es geht einem auf den Sack, dieses Geräusch. Weg. Oh Mann, ich kann es nicht mehr hören. Echt. Ich hasse das, wenn Gas die ganze Zeit die ganze Umgebung zerbomben. Alter wehe, der ist jetzt triggert auf mich, ne. Oh, ich dachte schon, da ist jetzt Kobalt freigelegt. Ich kann es nicht mehr hören, ey. Das geht einem so? Das geht überhaupt nicht, dieses Geräusch. Geh jetzt endlich weg, du. Wie geht's? Bin grad in nem nervigen Kampf mit nem Gast. Oh Mann. Ich bräuchte nochmal ein Thumbnail. Vielleicht sowas. Och nee. Da unten werden ja auch immer mehr Sachen dargestellt, ey. Muss ich die Rücksichtung mal ausziehen. Die Pfeile, warum sind die eigentlich da? So. Ist wahrscheinlich einfach nur der Pfeilvorrat. Oh Mann. Warum ist denn da noch einer? Ey. Ich will hier ein Thumbnail machen, Junge. Ich brauch zwei Thumbnails, gell. Alter, jetzt geh endlich. Das ist doch unfassbar. Ich geh jetzt weg. Ich hab ja keinen Bock mehr drauf. Ich brauch hier meine Ruhe, ey. Boah. Nein. Verbrenn doch einfach, du. Aber das macht ja natürlich wieder nix, weil's ein netter Lebewesen ist. Aber vielleicht sterben die anderen ja, ne? Zumindest werden sie geslowed. So, ich brauch auch gar nicht eure Drops. Die sind mir egal. Hauptsache ihr seid weg. So, da kamen auch nur zwei raus. Das ist gut. Müssen ja nicht immer gleich vier sein. Ach du Scheiße, was ist das denn? So ein Scheiß-Viehzeug. Vor allem, können wir nicht mal diese Lava hier zumachen? Das muss echt mal jemand tun, ey. Ich mach das jetzt mal. Weil die ist ja echt hartnervig. Vor allem so direkt vorm Portal, also fast direkt. Das geht gar nicht. So, komm. Ich nehm jetzt das hier als Thumbnail. Oh. Warum? Ist hier schon wieder ne Spinne? Geh weg. Mann. Ich hab ja schon wieder Probleme mit dieser scheiß Map. Oh, ich glaub ich hab... Leu, ich glaub ich hab jetzt zwei Bilder gleich. Ich wollte das eigentlich so haben. Scheiße, warum muss ich so wählerisch sein? Ich glaub das geht schon. So. Da wird schon eins dabei sein. Alter, wir sind schon wieder bei 10 Minuten. Und ich hab nichts gemacht, diese Folge. Nichts. Ey, wirklich. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Was war denn das für ne Folge? Und was ist das? Ach. Ne Chocobufet da. Ah, nicht diese goldene, ne? Ich glaub mal, die sind wie Zombie Pigmen, dass die einen nicht angreifen. Äh, ich hoff's also. Ich weiß jetzt nicht. Also, ich würd dann einfach mal weitergehen. Ah, hier ist echt kein Ardite. Ich brauch echt mal Essen und... Ja. Das ist eigentlich mein einziges Problem. Deswegen trau ich mich grad nicht weiterzugehen. So ein bisschen. Jetzt kann ich nochmal das Schlachtfeld hier machen. Als Bild. Also, ich würd dann einfach mal weitergehen. Kann jetzt einmal diese scheiß Minimap hier nicht dabei sein. Ja. Da hatte ich, glaube ich, eins. So. Sehr gut. Dann geh ich jetzt mal zurück. Heute mal ne Minute oder zwei länger. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt machen in den nächsten Folgen. Ich werde mir jetzt erstmal Essen besorgen und, äh... Ja, dann mal schauen. Ähm... Ja, ich beendern erstmal die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und nächstes Mal... Äh, schauen wir mal. Vielleicht, äh... schaff ich's ja nochmal irgendwas zu machen hier. Ich wollte jetzt auch eigentlich mal losgehen im neuen Jahr und... Äh, zum Beispiel mal irgendwelche anderen Sachen erkunden. Wie zum Beispiel den Twilight Forest eventuell mal. Obwohl, dafür bin ich, glaube ich, noch nicht gut genug ausgerüstet. Da muss ich noch ein bisschen farmen vorher. Oder zumindest mal irgendwelche Battle Tower an der Oberwelt. Das würde ja auch erstmal reichen. Also, dass ich irgendwie... mich da mal durchkämpfe. Vielleicht auch mal ne Together-Folge noch. Müssen wir mal gucken. Ja, wird sich zeigen. Oh, jetzt hab ich hier... ein Darkstaff. Naja, ich sortier nächste Folge dann erstmal mein Zeug und... ...dann sehen wir weiter. Tschüss. Achso, ja.